ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play left for death bam 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 it epic hallo lass uns starten crashkurs die gassen na mama so ich bin mal wieder Francis und epic ist diesmal Louis der schwarze hä und diesmal werde ich nicht als erstes sterben der maximal pigmentierte ja bitte maximal ach so so nennt man das politisch korrekt äh ja ok na dann ich glaub schon also ich bin mir sehr sicher aber ich glaube das nennt man maximal pigmentierte naja auch egal crashing will be the easiest thing they do day gut das englische sollte ich vielleicht vorlesen ja hast du die oh naja das war abgestückt kann ich double pistol ne kann natürlich weil hier glaub ich noch keine pistol liegt ja dann nehm ich die pumpe weil die pumpe geil ist ich bin mit der utzi ein bisschen näher also mein die pumpe ist noch nicht so gut alle da rein uhr ich bin die pumpe lass mich ich bin schwarz ich darf das wie viele leben du das noch 98 ja super ach ist hier friendly fire on oder was anschein schon naja egal weiter gehts los gehts hallo hu oh uhr weg mir doch mein rücken man lad ihn ab 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 ja gut hättest eventuell sagen können dass da ein cornister ist das zählen ja äh nimmst du mollys oder oder soll ich mollys nehmen weil hier ist ne pipe und hier gibts ne rohrbomb ich hab molly alles klar dann machst du wieder die mollys oder ich mal wieder die pipe alles ah helfe hier ist noch ein molly hier ist irgendwo ein boomer hier ist irgendwo ein boomer hier ist irgendwo ein boomer du musst die corners checken oh oh was passiert wenn ich da drauf schieße oh uuuuuh ach doch mein ziggern ist aufgeschafft ja burn baby burn ich nehm die pillen der greift sich direkt hier sind mollys hier sind mollys das ist für die ja ich weiß ich hab ne pipe lass mich doch meine pillen nehmen mein gott nimm doch deine pillen ja nimm doch deine pillen oh oh tank eh der tank ist ja hier vor mir oh der tank hat mich gerettet ich hab ne molly aber der haut mich der haut mich im down ich brauche Hilfe hilf mir nur hoch komm steh auf ja ja lass mich mal meine pillen nehmen ja nimm dir deine pillen ja nimm sie ja dann nimm sie könnt ich eventuell gebrauchen mit dem gepär mit die pillen dank pass auf wir sind aus mit alarmanlagen bitte nicht aber aber es wäre doch lustig wirklich ok weg hier uuuuh schneider gewerden mit dem gepärs 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 ja ich nehm wieder die pärs mit dem gepärs sorry sorry beschützt dich und ich nehm pillen warte warte lass mich doch lass mich dich doch mal verarzten komm mal her komm mal her hier liegen wachen rum drei paar wird's so nett was denn uuuuhh kannister bumm was wo wo hier nicht ah jetzt das witzige ist jetzt muss ich so wirklich nehmen hier gibt's ne Rohrbombe Achtung Richt aus Richt aus ok ich dachte ich hätte eine Witch gehört die 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 stell dich halt davor dann musst du wohl Pistol nehmen ne my friend hier gibt's was das hier das wo 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 aber ich bin shotgun typi ne ok 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 gut ich nehm das gewehr dass das leer ist nein warte ich versorg dich nein Moment das dauert nun nur sich hundert ey Zoe ich bin halt unbedingt ran du hast was gut ach gucke mal da ist auch ne Rohrbombe da ist auch ne Rohrbombe da ist auch ne Rohrbombe warte warte smoker lass mich doch hier meine one taps machen meine juandiks wo denn wo denn also Licht aus los über die Brücke die führt vielleicht aus diesem Dreck ich hab keine Musik an warte burn baby burn ach das ist ein Pfosten ok warte 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 wink der ist doch schon tot ich hör auf buggeld bist du doch mehr als genug immer diese gierigen Menschen ich könnte überall entdecken deine Mama könnte auch kommen pillen her damit hab ich schon eingesteckt mann gib her gib her gib her gib her gib her gib her oh man gib her du Ich bin umzingelt Luma Könnt ihr mich mal decken Auf die Gebäude Ja Ich bin down Oh ja Alles gut Deswegen bin ich auch auf den Boden Ich hab ruhig ja Ich hab dich Du schaffst das Schaff ich's nicht Komm mal Ja Ich mag die Gamer nicht Wir sind böse Ja Ich glaub ich werd abkacken ne Oh Komm mal her Ja Bitte Ja aber Die Pillen machen's auch nur Ich bin auch schon Ich bin auch schon Ich bin auch Mist Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie Ich hab dich sorry Ich hab sie Waffen Hier ist übrigens eine zweite Pistole Hab ich hab ich hab ich Boah Licht aus Ich will mal Sneaky Sneaky Peaky Ich will mal Sneaky Sneaky Peaky Oder funktioniert das in diesem Spiel nicht Nee Taust du mich? Geht's gegen schwarzen Weckle ich ein Speedfight anfangen Hehehe Hehehe Oh Hab ihn doch Ja, hopp, hopp. Wie ist das Ananas, okay. Gib mir die Pillen. Yeah, 99. Tschüss. Aber ich lasse noch kurz das zu Ende laufen, damit die Leute sehen, da hier gut ist es nicht. Ah ja, genau. Ah ja, genau.